Auch wenn Allradantrieb deutlich mehr Traktion bietet, kommen selbst SUVs nicht ohne Winterreifen aus. Das beste elektronische Assistenzsystem ist nur so gut wie die Reifen, die die Kräfte übertragen. Spätestens wenn Schnee liegt, geht mit Sommerreifen auch bei den Allradfahrzeugen nichts mehr. Das ist zum Teil hohe Gewicht der SUVs, schiebt gnadenlos. Winterreifen dagegen verzahnen förmlich mit der Fahrbahn. Man fühlt deutlich die vielen Lamellen, die als Gripkanten dienen. Das ergibt hohe Seidenführungskraft in Kurven und deutlich kürzere Bremswege. Qualitativ hochwertige Winterreifen sind das Ergebnis von vielen Testkilometern und der optimalen Abstimmung von Gummimischung und Profil. Die Überlegenheit von Winterreifen merkt man ganz deutlich. Und hier, das sind sie, diese Lamellen, diese Schnittkanten, die einzelnen, die sauber mit dem Schnee und dem Eis verzahnen können und maximalen Grip und auch richtig Halt geben. Und nicht vergessen, der Reifen ist die einzige und direkte Verbindung zwischen Fahrbelag und dem Fahrzeug. Und umso besser die Gesamtperformance, umso höher ist natürlich die Sicherheit im Straßenverkehr. Michelin. Wir bringen Sie weiter.